Die Radio-FM-Musik-Perle der Woche. Wir entdecken neue, noch unbekannte Schweizer Musik. Und ja, wer ist auch heute in der Radio-FM-Musik-Perle? Ich bin eure Anissa Damali aus Basel. Halb der Sinnerin und halb Nordafrikanerin. Okay, lauter DNA und poquito de Espanol también. Aber in erster Linie bin ich leidenschaftliche Sängerin. Ja, und das ist alles, was zählt. Ausgewählt für euch als Musik-Perle habe ich ihr neues Lied «I only know». Inhaltlich geht es darum, dass Beeinflussungen täglich stattfinden und unser Leben extrem bestimmen. Es ist nicht einfach, seinen eigenen Wert zu finden und zu gehen. Was ist, wenn richtig, wenn recht? Was ist weiblich, männlich dazwischen? Gibt es eine allgemeingültige Richtung, falls ja, für wer? Erziehung, Geschichte, Geografie und Zeitpunkt sind sehr mitbestimmend und prägend für jeden Einzelnen von uns auf dieser Welt. Ja, und darum heisst eben der Song «I only know». Nur ich weiss, was richtig ist. Ich würde sagen, wir hören rein, wie sie klingt, die Musik-Perle von dieser Woche. Oder müssen wir sonst noch etwas sagen? Ja, und zum Schluss möchte ich mir natürlich ganz herzlich Madiur Freiburg bedanken. Danke. Eh, also bitte, sehr, sehr gerne. Da kommen sie, Danisa Damali mit «I only know». Mama said to the left, Papa said to the right.